Willkommen zu diesem neuen Video Ihr habt am Anfang wieder ein paar Ausschnitte gesehen Mit Wheelies und so Heute bin ich wieder hier oben in unserem Wald Wo leider der Trail weggemacht wurde Aber man kann trotzdem noch ein bisschen fahren Und davon gibt es jetzt ein paar Ausschnitte Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video Ja, let's go Ich hoffe es ist nicht zu rutschig Wow 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 Let's go Hier ist gleich unser nächster Stop So Leute, jetzt würde ich sagen Hier geht es einen Berg runter Ja und den fahren wir jetzt mal runter Würde ich sagen Let's go Wow 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 so leute ich würde sagen ich fahr jetzt auch ein bisschen einfach rum und ja hier gerade mal noch darunter let's go ja sehr nice